Das ist unsere Story. Ein herrlicher Tag im Jahr 2005. Auf dem Weg zu einem See in der Nähe hörten wir plötzlich einen Müsli-Werbespot im Radio. Bla bla bla, Müsli, 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 bla 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 bla. Da wurde uns klar, kein Müsli-Hersteller bietet ein Produkt, das Premium oder auch nur irgendwie cool ist. Und auch niemand nutzt dabei das Internet. Regale voll ungesunde Müsli, tausende Anbieter. Aber wir sind doch alle individuell, oder nicht? Hier war sie, unsere fantastische Idee, nur ganz grob damals. Lassen wir doch jeden sein eigenes Müsli zusammenstellen, so wie man es eben mag. Aber wie wir an der Uni gelernt hatten, fragt zuerst die Kunden. Also haben wir eine Umfrage mit ein paar hundert Leuten gestartet. Wir stellten ihnen die wichtigste Frage überhaupt und bekamen eine sehr ermutigende Antwort. Ja, sagten, null Prozent. Hm, aber hey, zum Glück haben wir trotzdem losgelegt. Wie gesagt, jeder sollte sein ganz eigenes Müsli bekommen. Das hieß 80 köstliche Zutaten plus einer. Pure Liebe. Das macht 566 Billionen köstliche Variationen. Alle bio und in höchster Qualität. Und soweit wie möglich aus regionalem Anbau. Ein ganz neues und einzigartiges Produkt. Nur online erhältlich, was super schlau war. Und, okay, wir hatten auch kein Geld für einen eigenen Laden. Tada! Hier war es. Das erste Müsli, das sich jeder selbst zusammenstellen konnte. Am 30. April 2007 gingen wir dann endlich online. Und unser Start war super. Okay, wie sieht es heute aus? Eigentlich gibt es uns fast überall. MyMüsli bekommst du heute online in neun Ländern. In unseren MyMüsli-Läden in deiner Nähe oder in vielen, vielen Supermärkten. Wow! Nicht schlecht, oder? Aber warte mal, bis du unser junges, großartiges Team gesehen hast. Ihre Begeisterung treibt uns jeden Tag ab. Und unsere Hauptzutaten. Liebe und Vielfalt. Auf unser breites Produktangebot sind wir natürlich auch sehr stolz. Wir verkaufen eben nicht nur Müsli, sondern auch Ideen für einen bewussten und unkomplizierten Lifestyle. Und hunderttausende MyMüsli-Fans scheinen das, was wir tun, zu lieben. So, was haben wir noch vor? Wir bei MyMüsli werden jeden Tag weiter daran arbeiten, gesunde Ernährung einfach, unkompliziert und vor allem lecker zu machen. Wir machen MyMüsli noch mehr Mal. Zum Beispiel mit unserem neuen 360-Grad-Druck. Damit kannst du dein Müsli nicht nur innen, sondern auch außen ganz zu deinem machen. Mit Personal Nutrition können wir in Zukunft sogar dein Blut analysieren und so das perfekte Müsli für dich kreieren. Wie ihr seht, haben wir noch sehr viel vor. Und wir lieben es. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020